Was war das für die Welt, die wir in die Neuheit machen? Meine Damen und Herren, wenn Sie sich einmal vor, wie werden die Generationen gewinnen, die den elektrischen Strom abholen hätten? Oder glauben Sie, dass unsere Kinder niemals ein Land von der Welt in der Niederzwelle hätte? Was war das für die Welt? Die Welt, die wir in die Welt, die wir in die Welt vertreten, die die elektrischen Strom abholen, die wir in die Welt vertreten, die wir in die Welt die国istische Strom abholen. Die wir in die Welt vertreten, die wir in die Welt vertreten, die wir in die Welt vertreten, ein WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR und die Nicht-Höpfe, die Menschen in Richtung ihrer Ausgleiche investieren. Weil er sich ganz gerne macht, weil er glaubt, mit seiner Erfahrung und aus dem Wirtschaftsleben allein, zu sich mit ihm und dem Wirtschaftsleben, aber ich denke, nur wir sind wieder dabei. Und jemand, der lasst mich, der es morgen mittendlich beharrt, für die Gründe von Yoga dieser Stadt, der heißt, ich bin jetzt in Ordnung. Und wir haben auch die Stadt, die in Gemeinde geschrieben. Und jetzt, wenn ich weiß, dass das, was wir uns in Berlin überlegen, ist, wenn wir uns nicht vor Ort umgesetzt werden. Das ist das, was das ist, was das ist, was das ist, was das ist. Das ist das, was wir machen können. UNTERTITELUNG 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 Das war's, das war's, das war's, das war's. 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 um uns auch einen Stream abzusetzen, aber besser ein bisschen Informationen als gar keine Informationen. Also, ich lade diesen Stream später noch auf YouTube hoch, dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen bessere Qualität, größere Aufnahme und ja, einen schönen Tag noch oben bleiben.